Harald Schreier, Sie sind Projektleiter hier beim Umbau des Bahnhofes Rangweil. Was wird denn jetzt alles anders, was wird alles neu? Der Bahnhof Rangweil ist also Teil des Rheintal-Konzepts. Wir werden dort eben die Gleisanlagen entsprechend erneuern und auf einen modernen Stand bringen. Wir wollen mit den Nahverkehrszügen entsprechend schnell in den Bahnhof Rangweil einfahren. Wir machen so ein komplett neues Konzept im Bahnhof Rangweil, sodass wir schnell einfahren können auf die durchgehenden Hauptgleise. Wir erreichen so Fahrzeugverkürzungen im gesamten Rheintal. Wir bauen die Bahnsteige entsprechend aus. Wir heben sie an auf ein barrierefreies Niveau. Wir richten die Bahnsteige her, damit sie auch barrierefrei von überall erreichbar sind. Wir bauen drei Lifte ein. Wir machen den gesamten Bahnhof entsprechend neu, inklusive der entsprechenden Adaptierungen am Vorplatz, zusammen mit der Marktgemeinde Rangweil, ein gemeinsames Projekt zwischen ÖBB und Gemeinde Rangweil. Stefan, Rheintal-Konzept, was genau ist darunter zu verstehen und welche Rolle spielt der Bahnhof Rangweil? Im Rheintal-Konzept wollen wir erreichen, dass wir die gesamten Bahnhöfe und Haltestellen im Rheintal erneuern, auf einen modernen Stand bringen, dass wir so Fahrzeugverkürzungen und eine Attraktivierung für den Kunden schaffen können und eben einen durchgehenden, einheitlichen, modernen Standard im Rheintal schaffen. Rheintal-Konzept